Wir sind TRAX. Unsere Vision, eine nachhaltige und effizientere Logistik. Das Unternehmen TRAX wurde 2018 von Jakob Moos gegründet und beschäftigt aktuell 16 Mitarbeiter. TRAX Plattform für Emissionsmanagement ermöglicht es LKW-Flotten-Eigentümern, ihren Flottenbetrieb zu optimieren und dabei Kraftstoff und CO2 zu sparen. Ich sitze jetzt hier mit Jakob Moos von TRAX. Euer Ziel ist es ja, LKW effizienter und nachhaltiger fahren zu lassen. Wie genau sieht das in der Praxis aus? Also wenn man LKW effizienter haben will, und das heißt Treibstoffeffizienz und CO2-Effizienz natürlich, dann gibt es fünf Möglichkeiten. Man kann einerseits die richtige LKW kaufen und richtig nutzen, das heißt elektrische LKW auf die Routen, wo das Sinn macht zum Beispiel. Man kann die auch effizienter fahren, das heißt auch die Fahrer ein bisschen managen und sicherstellen, dass sie auch gut fahren. Man kann sicherstellen, dass sie die richtige Route nehmen, dass sie grüne Routen fahren. Ein wichtiger Punkt ist, dass man sicherstellt, dass sie nicht leer rumfahren, dass sie auch voll zurückfahren sozusagen, dass nicht so viel Luft rumgefahren wird. Und fünfter Punkt ist, dass man auch sicherstellt, dass die Waren, die auch auf der Schiene hätte kommen können oder auf dem Binnengewässer, dass sie auch damit gefahren werden. Und all das, was sie gemeinsam haben, ist, man braucht die Daten, um sicherzustellen, dass man die richtige Entscheidung trifft. Und das machen wir. Man spricht bei euch da ja von Emissionsmanagement. Was bedeutet das konkret und wie komplex ist das für einen Flottenbesitzer? Für den Flottenbesitzer und für den Verlader sozusagen, derjenige, der was geschickt haben will, ist das ein großes Thema. Wenn wir große Unternehmen haben, die sagen, wir wollen die Pariser Abkommen folgen, wir wollen CO2 sparen, dann ist es ja ein großes Problem, wenn sie nicht wissen, wie viel verbrauchen sie. Die Arbeit, das zu ermitteln, ist sehr umständig. Für den Flottenmanager ist das sehr viel Arbeit, sehr viele Excel-Dateien werden rechts und links geschickt und das ist auch sehr fehlerbehaftet. Was wir tun, ist, dass wenn man unser System nutzt, dann wird dann automatisch die CO2-Verbrauchte auf der Straße ermittelt an den Verlader. Das genau gesagt werden kann, das waren die Menge CO2 pro Tonnenkilometer, was gefahren wurde und der Flottenmanager muss keine Arbeit damit machen. Auf eurer Website sprecht ihr von Platooning. Was bedeutet das genau? Platooning ist, wenn zwei oder mehr LKW verbunden sind auf der Autobahn, fahren sehr dicht aneinander mit so einer Art digitale Deichsel verbunden. Wenn sie da fahren, dann fahren die hintere LKW ja in Windschatten und dadurch sparen sie dann 12 bis 14 Prozent von dem CO2 und von dem Diesel. Und dann denkt man ja oft, wenn das so einfach ist, warum tun sie es noch nicht? Das passiert noch nicht auf der Straße, das ist auch gesetzlich nicht erlaubt. Und wir haben festgestellt, dass eine der Hauptgründe, warum es noch nicht passiert ist, dass es sehr mit Kosten verbunden ist, einander zu finden sozusagen. Zweitens kann man auch die Frage stellen, warum sollte der vordere LKW akzeptieren, dass der hintere LKW mitfährt, wenn sie nicht von der gleichen Flotte sind. Dann der vorderer spart ja nichts und der hintere spart ziemlich viel. Und das kann ja auch ein Wettbewerber sein. So, was wir gemacht haben, was wir entwickelt haben, ist ein Platooning-Service, der sicherstellt, dass die LKW, während sie fahren, einander finden können auf der Autobahn. Und dann während sie dann in dem Platooning sind, können wir messen, wie viel habt ihr gespart? Beide LKW oder alle drei. Und wenn sie sich dann trennen, dann schicken wir Geld von den hinteren LKW an den vorderen LKW und sicherstellen, dass alle genau gleich gespart haben. Vielen, vielen Dank, lieber Jakob, für den Einblick in eure Arbeit und vor allem eure Vision und alles Gute dafür. Dankeschön.